Zum 20-jährigen Jubiläum von Double Vision veröffentlicht Nameless Media im Vertrieb von Ike Media den Film erstmalig als HD-Veröffentlichung in der R-Rated und Unrated-Fassung. Zwei nagelneue Bildmaster wurden dafür angefertigt, außerdem wurde auch der Ton remastered. Beide Fassungen sind komplett auf Deutsch synchronisiert und enthalten deutsche Untertitel. Die fehlenden Szenen der Unrated-Fassung wurden neu synchronisiert. Jede Fassung befindet sich auf einer eigenen Blu-ray, um die bestmögliche Qualität zu liefern. Insgesamt erscheinen drei Media Book-Editionen mit drei verschiedenen Cover-Versionen. Alle Cover-Versionen sind dabei limitiert auf 444 Exemplare. In Double Vision aus dem Jahre 2002 geht es um drei unterschiedliche Mordfälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Bei der Lösung dieser übernatürlichen entsetzlichen Verbrechen muss die taiwanische Regierung einen Top-FBI-Agenten um Hilfe bitten, der speziell dazu ausgebildet wurde, besonders schwerfassbare Serienmörder aufzuspüren. Gemeinsam mit einem örtlichen Kopf verfolgt er eine Reihe bizarrer Spuren, die in Taiwans düstere und geheimnisvolle Bereiche führen, bis hin zu einem alten religiösen Kult, der nach Unsterblichkeit strebt. Vor uns liegen haben wir dann Cover-Variante C in der Collectors-Edition mit diesem schicken Rahmen. Das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Wir haben ein matt gehaltenes Media Book mit einzelnen Spotlack-Veredelungen, wie an den Schriftzügen und auch auf unserem Motiv hier. Ich hebe euch das Ganze selbstverständlich einmal etwas näher in die Kamera. Dann könnt ihr euch von diesen Veredelungen überzeugen, wie die sich schön abheben von diesem matten Hintergrund. Dann auch von diesem krassen Motiv, das so auch im Film vorkommt. Und dieses wurde angepasst mit einer schönen Tonung, die sich dann hier auch an den Rahmen anpasst. Also das gefällt mir sehr gut. Alles sehr stimmig. Unten haben wir dann die Lauflänge, 114 Minuten. Das dürfte die Unrated sein. Vom Genre her haben wir einen Mystery-Spielfilm. Und hier unten haben wir dann nochmal das Neemless-Video-Logo. Von der Verarbeitung her, wie immer, absolut top. Der Buchrücken ist super stabil. Die Pappe, die hier oben auch an den Seiten benutzt wurde, auch sehr stabil und stark. Macht das Ganze robust und es liegt auch wertig in der Hand. Wir haben eine super Verarbeitung hier bis ins letzte Eck. Also nichts, was irgendwie großartig rausschaut oder Sonstiges. So wollen wir das. Dann gucken wir uns den Spine an. Hier haben wir oben das Blu-Ray-Disc-Logo. Kein DVD-Logo, denn es gibt hier nur zwei Blu-Ray-Disc. Und hier hat jeder Film eine einzelne Blu-Ray bekommen, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Dann das Foto und Double Vision hier. Der Schriftzug ist auch mit so einer Spot-Lack-Veredelung versehen. Hier haben wir noch die Nummer 98. Auf der Rückseite haben wir den typischen Aufbau. Oben haben wir ein paar Szenenfotos. Auch diese haben eine Spot-Lack-Veredelung. Und der Rest ist matt gehalten. Dann haben wir hier auch noch die Credits. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann noch die Limitierungsnummer. Ich habe ein Pressemuster erhalten, um euch das Ganze zu präsentieren. Dann haben wir hier nochmal die Cover-Variante aufgelistet. Das ist Cover-Variante C. Als Sprachen haben wir Deutsch, Englisch, Mandarin und Kantonesisch. Die Tonformate haben wir hier mit draufstehen. DTS HD Master 5.1. Außerdem die Untertitel, die unterschiedlichen Laufzeitlängen, der Unrated und der R-Rated-Fassung, das Bild und auch das Produktionsjahr. Soviel einmal zu den Äußerlichkeiten. Dann schlagt man das Ganze natürlich einmal auf. Wir haben hier die R-Rated-Fassung mit einer Lauflänge von ca. 110 Minuten. Dann haben wir hier ein schönes Motiv vom Booklet über in den Innenprint unter dem Tray. Absolut top verarbeitet. Wieder hier sehr schön mit eingebunden. Keine Nähte, die rausschauen. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir auch keinerlei Risse zu verzeichnen. So, dann legen wir die Disc mal wieder gleich hier rein. Bevor wir uns ans Booklet machen, hier schlagen wir das Ganze auf. Sehen an den Seiten unten ist immer die Seitenanzahl angegeben. Auch hier 2 und 3. Dann geht es los mit einem Text von Nando Rona diesmal. Ein Blick auf Double Vision. Hier haben wir dann noch weitere Hintergrundinformationen zum taiwanesischen Kino. Dann haben wir auch hier noch ein paar schöne Filmplakate mit abgebildet. Und des Weiteren geht es dann hier um den Film selbst. Hier nochmal die krasse Szene. Dann geht es weiter mit dem Regisseur. Ich finde es immer nice, wenn es hier so entlang der Silhouette sich schlängelt, der Text. Das finde ich auch immer richtig gut. Da merkt man, man hat sich Mühe gegeben und das nicht einfach so irgendwie hingeklatscht. Dann geht es weiter mit eine mörderische Zahl. Das Ganze wird ja so als taiwanesische Antwort auf den Film 7 gesehen. Hat auch ein paar Anleihen. Ist ein richtig krasser Psycho-Thriller. Hat einige heftige Szenen. Die deutsche DVD FSK 16 basierte ja auf der R-Rated-Fassung. Und guckt man sich mal den Schnittbericht an zwischen diesen beiden Fassungen, R-Rated und Unrated, dann geht es da schon richtig ab. Ich werde euch das Ganze selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben hier zwei Welten. Ein Film ist ja so eine Art Crossover. Sozusagen Hongkong und USA. Da treffen natürlich auch Welten aufeinander. Nicht nur was die Schauspieler angeht, sondern eben wie man das Ganze auch handelt. Auch zum Thema Politik und Sozialkritik natürlich. Auch einiges hier geboten. Dann geht es weiter hier auf der nächsten Seite, wie ich schon angesprochen habe, mit dem Crossover und das Erbe. Der Film hat natürlich auch andere Filmemacher inspiriert, hier sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und dann sind wir hier schon am Schluss angekommen. Hier haben wir nochmal die ganzen Quellen angegeben und Anmerkungen und Bilder dazu. Und das war's. Dann sind wir auf der Rückseite angekommen, haben hier die Unrated Version und darunter nochmal ein richtig tolles Motiv, das ich absolut sehen lassen kann. Und auch hier nochmal die Verarbeitung, wie immer 1A. Jo, meine lieben Freunde, in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit Double Vision. Wenn ihr also auf Filme wie 7 steht und ja, nicht so zart beseitigt seid, sag ich mal, dann könnt ihr euch den Film ruhig mal angucken. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.